Tee, Kaffee, Mord, Folge 7, Arsen und Käsekuchen von Alan Barksdale. Es liest Vera Tells. Prolog, in dem beschlossen wird, Schicksal zu spielen. »Da, ab da musst du's laufen lassen«, sagte die Frau, »genau da, wo er sich umdreht.« Die andere Frau, die etwas älter war, tippte auf die Tasten der Fernbedienung. Das Band leierte kurz, Störungen huschten über den Bildschirm. »Du solltest wirklich allmählich den alten Videorekorder deiner Eltern entsorgen«, stöhnte die jüngere Frau frustriert. »Das Bild wird immer schlechter und neue Kassetten kannst du schon seit Jahren nicht mehr kaufen.« »Du weißt, ich liebe meine Videokamera über alles«, widersprach die Ältere. »Mit dem Handy kann jeder filmen. Und jetzt sei still, ich will das hören.« »Und so erkläre ich Rita Buffridge zum neunten Mal in Folge zur Käsekuchenkönigin der Region Greater Cornwall«, verkündete ein beleibter, weißhaariger Mann mit kunstvoll gezwirbeltem Schnauzbart, der im schwarzen Anzug und mit Zylinder auf dem Kopf auf einer Bühne stand und jemanden zu sich winkte. Eine schwarzhaarige Frau Anfang fünfzig ging ein paar Stufen hoch und stellte sich zu dem Herrn mit dem Zylinder. Sie strahlte über das ganze Gesicht, als der Mann ihr eine Urkunde überreichte. »Mrs. Buffridge«, sagte er, »ich möchte fast sagen, dass es mir jedes Mal ein fast noch größeres Vergnügen als im Vorjahr ist, Ihnen die Siegerurkunde zu überreichen und Sie zur Käsekuchenkönigin der Region Greater Cornwall auszurufen.« »Es ist mir immer wieder ein Rätsel wie...« »Sprüh mal vor«, sagte die jüngere Frau. »Rid Lincoln redet jedes Mal das gleiche Blabla. Der könnte auch einen Mitschnitt vom Jahr zuvor abspielen und dazu nur den Mund bewegen. Kein Mensch würde den Unterschied bemerken.« Sie ließ den Bildschirm nicht aus den Augen. »Jetzt!« Die ältere Frau drückte auf die Wiedergabetaste, gerade als Rita Buffridge ins Bild rückte, die ein Mikrofon in der Hand hielt. »Möchte ich der Jury danken, dass sie mich auch diesmal wieder auf den ersten Platz gewählt hat«, erklärte die Frau, die genauso routiniert klang wie Mr. Rid Lincoln. »Natürlich freut und ehrt mich das, aber es ist mir auch ein bisschen peinlich und ehrlich gesagt spiele ich im Augenblick mit dem Gedanken, beim nächsten Wettbewerb nicht anzutreten.« »Das Gleiche hat sie schon erzählt, als sie das fünfte Mal gewonnen hatte«, schnaubte die jüngere Frau. »Wetten, dass die liebe Rita ihre zehnte Dankesrede schon griffbereit hat? Schade, dass sie sich die Arbeit gemacht hat.« »Jede Glückssträhne muss einmal enden«, erwiderte die andere Frau lächelnd und hielt eine kleine braune Flasche hoch. Die jüngere betrachtete das Objekt. »Und du bist dir sicher, dass das funktionieren wird?« Ein siegesgewisses Lächeln umspielte die Lippen der anderen Frau. »Todsicher, meine Liebe. Todsicher.« Erstes Kapitel, in dem Natalie unversehens zur Gastgeberin wird »Sind wir zu früh?« Natalie sah von ihrem Schreibtisch auf und entdeckte Fred Astaire, der gemeinsam mit seiner Künstlerkollegin Belle Starr in der Tür zu ihrem Büro stand. Fred hatte in den letzten Monaten seinem Haarwuchs freien Lauf gelassen, weshalb sich seine Frisur allmählich wieder in Richtung Mark Bolin entwickelte. So hatte er ausgesehen, als er von nicht ganz einem halben Jahr erstmals in Earl's Raven aufgetaucht war. Belle Starr, die gut eineinhalb Köpfe kleiner war als Fred, tog ihre langen Haare seit ein paar Tagen grälgrün gefärbt, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis daraus wieder ein Sonnengelb oder ein metallisches Grau werden würde. Ein Blick auf die Uhr zeigte Natalie, dass es fast fünf Uhr nachmittags war. »Nein, ihr seid auf die Sekunde pünktlich«, antwortete sie lächelnd und deutete auf die beiden Stühle vor ihrem Schreibtisch. »Ich muss nur noch zwei Posten für die Bestellung ergänzen, dann bin ich für euch da.« »Was bestellst du denn?«, wollte Belle wissen. »Bürobedarf, Stifte, Ordner, Papier und so weiter. In Earl's Raven gibt es leider kein Geschäft, das so etwas anbietet.« Fred grinste ironisch. »War nicht vor Jahren von allen Computerexperten mal das papierlose Büro prophezeit worden? Wenn ich das sehe«, er deutete mit einer Kopfbewegung auf ihren Schreibtisch, »habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendwas papierlos abläuft.« »Das war schon in meinem alten Job so«, bestätigte Natalie und strich sich die Haare hinters Ohr, die ihr immer wieder ins Gesicht fielen, sobald sie sich vorbeugte. Eigentlich war ein Friseurbesuch längst überfällig, aber je länger sie hier auf dem Land in Earl's Raven lebte und das Black Feather führte, desto mehr hatte sie Lust, mal etwas Neues auszuprobieren und diese Veränderung auch nach außen zu zeigen. Hunderte Seiten Statistik, 15 Mal ausgedruckt, damit die Kollegen aus der Chefetage während der Konferenz bei Bedarf etwas nachsehen konnten, anstatt mit der Zeit zu gehen und Tablets zu benutzen. Sie notierte den letzten Posten, dann legte sie den Vorgang zur Seite. »So, das war's«, sie sah die beiden Künstler an. »Weshalb ich euch hergebeten habe«, Natalie machte eine kurze Pause. Fred war sichtlich interessiert, Belle dagegen wirkte zurückhaltender. »Ich habe da ein Projekt, das mit euch steht und fällt.« »Eine Kunstgalerie?«, fragte Belle hoffnungsvoll. »Das wäre eine Chance, meine Skulpturen den Menschen zu zeigen.« »Nicht ganz, jedenfalls nicht vorrangig«, erwiderte Natalie. »Ich weiß nicht, ob ihr den leerstehenden Supermarkt drüben in Stapleton kennt.« »War das nicht ein Woolies?«, fragte Fred nach. »Ganz früher war das ein Woolworth, das ist richtig«, bestätigte sie. »Aber das ist lange her, danach haben sich die Discounter die Klinke in die Hand gegeben und seit zwei Jahren steht das Gebäude leer.« »Und was haben wir damit zu tun?«, wollte Belle wissen. »Das kommt ganz darauf an«, sagte Natalie und wurde für einen Moment abgelenkt, als sie ihre Köchin am Büro vorbeigehen sah. »Louise, hast du ein paar Minuten Zeit?« Die ältere Frau mit der markanten silbergrauen Kurzhaarfrisur machte Kehrt und kam ins Büro. »Klar, was gibt's denn?« »Ich möchte Belle und Fred einen Vorschlag unterbreiten, doch wenn du dich dazusetzt, dann muss ich das Ganze nicht zweimal erzählen«, erklärte Natalie. »Denn mit dir müsste ich anschließend über etwas anderes reden, was aber mit der Sache hier zu tun hat.« Louise ging um den Schreibtisch herum, damit sie auf dem Stuhlplatz nehmen konnte, der am Fenster stand. »Wenn ich in der Küche gebraucht werde, schreien die sowieso ganz laut nach mir.« »Okay, danke«, sagte Natalie. »Also, es ist so, dass ich in diesem Ladenlokal in Stapleton einen Landsupermarkt eröffnen möchte.« »Was ist denn ein Landsupermarkt?«, fragte Belle. »Das ist ein regionaler Supermarkt, der ausschließlich Produkte anbietet, die hier in der Umgebung angebaut, geerntet und verarbeitet werden. Also Milch, Mehl, Brot, Gemüse, Obst und so weiter.«, erläuterte Natalie. »Allerdings mit dem Unterschied, dass nicht der Supermarkt bestimmt, was ins Regal kommt, sondern der Erzeuger selbst. Das heißt auch, dass der Supermarkt nicht die Waren einkauft, sondern nur die Fläche zur Verfügung stellt, die vom jeweiligen Landwirt so genutzt werden kann wie auf einem ganz normalen Marktplatz. »Aber wenn die alles selbst erledigen, was haben wir denn damit zu tun?«, wollte Fred wissen. »Ich hatte jetzt erwartet, dass du uns als Personal einsetzen willst, das Regale einräumt und kassiert und so.« »Genau darum geht es mir auch.« Natalie war froh darüber, dass Fred ein wenig enttäuscht geklungen hatte. Sie hatte schon befürchtet, in diesem Punkt auf Widerstand zu stoßen, weil sich der eine oder andere aus dem Künstlerkollektiv dafür womöglich zu fein war. Aber wenn Fred bereits damit rechnete und kein Problem damit zu haben schien, war das ein gutes Zeichen. Er war schließlich der Wortführer der Gruppe und würde den anderen bestimmt vermitteln können, welche Chancen in dieser Idee lagen. Die Landwirte können sich nicht selbst zu ihren Waren stellen, um sie zu verkaufen, weil sie keine Zeit dafür haben. Darum möchte ich ihnen sozusagen ein Sorglos-Paket anbieten. Das bedeutet, dass sie morgens früh ihre Ware liefern und gegebenenfalls nachmittags das abholen, was noch übrig ist und anderweitig verarbeitet werden soll. Darum brauche ich eine bestimmte Anzahl an Kräften, die die Waren annehmen, im Markt einräumen, sich um den Verkauf kümmern und alles in Schuss halten. Sie sah zwischen Fred und Belle hin und her. Das wäre eure regelmäßige Aufgabe. Dazu käme noch eine einmalige Aufgabe, nämlich die Gestaltung des Supermarkts. »Meinst du die Fassade oder das Innenleben?«, fragte Fred. »Beides. Ich habe noch keine konkrete Idee, wie das aussehen könnte, doch ich weiß, dass es weder innen noch außen nach einem Supermarkt aussehen soll. Wir brauchen etwas Markantes, das die Autofahrer anspricht und neugierig macht, wenn sie an Stableton vorbeikommen. Ich würde euch gern bitten, vier oder fünf sehr unterschiedliche Rohentwürfe auszuarbeiten, damit ich ein Gefühl für die Richtung bekomme, in die das Ganze gehen kann.« Die beiden Künstler sahen sich an, dann nickten sie zustimmend. »Wir haben freie Hand?«, wollte Belle wissen. Ihre Augen funkelten dabei begeistert, obwohl sie auf die Haarfarbe abgestimmte Kontaktlinsen trug. »Im Rahmen des Themas«, stellte Natalie hastig klar. »Es sollte einen Bezug zur Landwirtschaft haben, und es muss noch als Geschäft erkennbar sein, in dem man Lebensmittel kaufen kann. Ich will nichts haben, was nach einem abgestürzten UFO aussieht oder nach einem zweiten Stonehenge.« Während Fred verstehend nickte, setzte Belle eine missmutige Miene auf, die hinlänglich bewies, dass Nathalys Einschränkung gerade noch rechtzeitig gekommen war. »Ich brauche also diese Entwürfe, wenn es machbar ist, bis Mitte nächsten Monats, und gleichzeitig brauche ich eine verbindliche Zusage, dass ich auf eure Mitarbeit im Markt zählen kann.« Sie gab Fred einen Zettel. »Das ist eine Übersicht der Stellen, die voraussichtlich zu besetzen sind, so wie der Arbeitszeiten. Ich habe jeweils die Stundenzahl dazu geschrieben, damit ihr euch überlegen könnt, wie ihr das untereinander aufteilen möchtet. Mir ist egal, ob einer von euch die 30 Stunden pro Woche allein arbeitet oder ob zwei Leute je 15 Stunden arbeiten, solange ich weiß, dass in der angegebenen Zeit einer von beiden anwesend ist und ich nicht ohne Mitarbeiter dastehe.« Fred und Belle sahen sich an, was einen Moment lang so wirkte, als unterhielten sie sich via Gedankenübertragung. Dann sagte Belle, »Das ist ein völlig irres Angebot. Ich bin sofort dabei. Ich kann es irgendwie gar nicht glauben, dass du mir, dass du uns allen zutraust, dass wir das hinkriegen. Ich, wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll.« »Wir müssen das natürlich mit den anderen besprechen,« ergänzte Fred, »aber ich glaube nicht, dass irgendeiner dankend abwinken wird. Du gibst uns hier eine echte Chance, weißt du das?« »Die gebe ich euch nur, weil ich daran glaube, dass ihr das schafft und mich nicht enttäuscht,« entgegnete sie. »Ach ja, dieser Supermarkt bekommt natürlich auch einen Manager, aber so einen Posten kann ich nur jemanden geben, der einen Bachelor in BWL hat.« »Du kennst da nicht zufällig jemanden, oder?« »Fred?« fragte sie so betont, dass er unwillkürlich den Kopf ein wenig anhob und sie forschend ansah. »Woher weißt du das?« gab er schließlich zurück. Natalie schmunzelte. »Sagen wir, ich habe so meine Quellen, die wiederum ihre Quellen haben.« Sie vermied es tunlichst, Louise anzusehen. »Interessant«, sagte er nachdenklich, während Belle ratlos zwischen ihm und Natalie hin und her schaute. »Was haben dir denn deine Quellen sonst noch so über mich verraten?« wollte er wissen und konnte sich ein amüsiertes Grinsen nicht ganz verkneifen. »Tja, wenn du das wüsstest, Fred,« antwortete sie in einem Tonfall, der alles Mögliche bedeuten konnte, was so von ihr auch beabsichtigt war. Sollte er ruhig ein wenig grübeln. Plötzlich ging Belle ein Licht auf. »Du hast einen Bachelor, Freddy? Mann, das ist ja so... so etabliert.« Er drehte sich zu ihr um. »Das ist nichts, wofür ich mich schämen müsste.« »Hey, so war das nicht gemeint,« versicherte sie hastig. »Ich finde das gut. Ich wünsche, ich hätte auch was Brauchbares gelernt, wenn das mit der Kunst nichts werden sollte.« »Du bekommst in Nathalies Supermarkt die Chance, was Brauchbares zu lernen,« betonte er. Belle sah sie an und zwinkerte Nathalie zu. »Ja, ich weiß. Danke, Nathalie.« »Ist schon okay,« wehrte sie ab. Fred nickte Nathalie zu, doch sein Zwinkern war längst nicht so harmlos wie das seiner Kollegin. Dieses Zwinkern hatte etwas Verlockendes an sich, etwas, was Nathalie in seinen Bann zu schlagen verstand. Nachdem die beiden sich nochmals bei ihr bedankt und sich dann verabschiedet hatten, erwartete Nathalie eigentlich, dass Louise sich zu ihr an den Tisch setzen würde. Doch die Köchin machte keine Anstalten, ihren Platz neben dem kleinen Fenster aufzugeben, durch das man die Terrasse vor dem Lokal sehen konnte. »Ein Landsupermarkt,« sagte Louise in einem undefinierbaren Tonfall. »Keine gute Idee?« Die ältere Frau wiegte nachdenklich den Kopf. »Die Idee ist gut, aber übernimmst du dich damit nicht ein klein wenig? Ich meine, du hast mit dem Black Feather von deiner Tante eine Kombination aus Papp, Café und Hotel geerbt. Das sollte doch schon Arbeit genug sein, oder nicht?« Nathalie winkte gelassen ab. »Ganz im Gegenteil, ich gebe zu, ich hatte ziemlich hochtrabende Pläne, wie ich hier alles umstrukturieren und effizienter machen wollte.« »Ich erinnere mich daran,« sagte Louise schmunzelnd. »Ich habe mich insgeheim immer gefragt, wann du eigentlich damit anfangen willst, doch ich wollte dich nicht darauf ansprechen.« »Um mich nicht auf dumme Gedanken zu bringen, richtig?« »Womöglich,« gab die ältere Frau zurück und zwinkerte ihr zu. »Was ist daraus geworden?« Nathalie drehte sich mit ihrem Stuhl zu Louise um, lehnte sich nach hinten und schlug die Beine übereinander. »Gar nichts, weil hier alles reibungslos läuft. Es ist nicht alles effizient, das sage ich immer noch. Aber hier jetzt alles auf den Kopf zu stellen und damit diese gut eingespielten Abläufe zu riskieren, ergibt einfach keinen Sinn.« »Eine weise Entscheidung,« meinte Louise anerkennt. »Danke.« Nathalie musste lachen. »Das muss das Leben auf dem Land sein, das mich so weise macht, dass ich über solchen Dingen stehen kann. Jedenfalls fühle ich mich hier nicht ausgelastet, was natürlich auch... In мои Sohn gab's j equatorien g-, »Om Bell e smochiert sind zum Einsch-Morch.« »Bach Valioe« »An保f l thank you very much. Mitarbeiterin macht es dirnd «Mush-Mush-Mush-Mush-Mush-Mush-Mush-Mush-Mush-Mush-La.